Hier gleich in 200 ml. Willkommen zurück auf meinen Kanal. Dennis hier aka Ferganstock. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr seid gesund und munter. Ja, ihr habt es gesehen. 5 Beach Club oder Beach Club Düfte stelle ich euch heute vor. Aber bevor ich anfange, plus ein. So, und für diesen einen, den ich hier mit reingenommen habe, ein sehr starker, aquatischer Duft, müsst ihr wirklich Eier haben. Und wenn es so weit ist, wenn ich diesen Duft vorstelle, schreibt mal bitte unten rein, ob ihr den schon mal am Strand getragen habt. Oder an Beach Club. So, weil ich habe ihn nur getragen an der Promenade, wo es warm war. Und ja, da kommt ein Spiel dazu. Aber für alle Neuen, die das erste Mal jetzt hier auf diesem Kanal sind, abonniert diesen Kanal, drückt die Glocke, das würde mich natürlich freuen. Oder werdet Mitglied und unterstützt diesen Kanal. Und als Gold- und Platin-Mitglied werdet ihr auch namentlich am Ende des Videos immer eingeblendet. So, Leute. Dann fangen wir mal an. Es ist sehr interessant. Es sind 5, aber diese Düfte funktionieren, wenn es warm ist am Strand. Natürlich. Jetzt kommen wir wieder dazu. Wer trägt Düfte am Strand? Ich kann euch jetzt schon sagen, normalerweise höchstens 5 Prozent, so wollte ich das sagen. Oder auch 95 Prozent tragen keine Düfte am Strand. Wenn das mal reicht. Aber dazu werde ich auch noch mal irgendwann mal was machen, weil das ist irgendwie ein sehr interessantes Thema aktuell. Schauen wir mal. So, die Fliege, die hier gerade durchs Bild geruscht ist, nervt auch ein bisschen. Mal sehen, wie oft sie das noch macht. Aber jetzt fangen wir mal an. So, der Erste, der am Beach Club funktionieren wird, ist Mercedes-Benz Cologne. Zu diesen Einstellungen muss ich jetzt trotzdem leider wieder was sagen, weil ich jetzt angesprochen habe, man weiß es wirklich nicht. Ich hatte einen oder ich habe einen sehr netten Follower, der zum Beispiel bei Prada sich mal schlau gemacht hat, weil ich habe ja so wenig Zeit und er hat es gemacht, nicht auf meine Aufforderung, sondern allein. Und hat mir dann auf Instagram geschrieben, dass zum Beispiel der Prada Amma Puram nicht eingestellt wird. Alle meinen, er wurde eingestellt. Nein, wird er nicht. Ich hoffe natürlich, dass jetzt Prada nicht einfach irgendwas geschrieben hat. Man weiß es ja nicht. Aber interessant ist, dass auf jeden Fall Prada diesen Duft nicht einstellt. So, jetzt kommen wir aber mal zu diesem Mercedes-Benz Cologne sehr, sehr nice Duft. Das ist einfach Zitrone, Zitrone und frische und auch ein geiler Flakon zu sprühen. Und der funktioniert einfach. Ja, er ist sehr, sehr identisch mit den Dioram Cologne. Das ist der identischste Club. Das ist der identischste Duft, den ich kenne. So, ich teste sehr viel ähnliche Düfte. Dupes vielleicht auch, aber für mich nochmal sind Dupes diese Firmen, diese kleinen, die man auch in Einkaufspassagen findet oder wo auch immer. Das sind für mich Dupes. Mercedes-Benz ist jetzt nicht unbedingt eine Firma, ist ja keine Dup-Firma. Und deswegen habe ich den auch. Den Dior Homme Cologne, der ist leer. Werde ich mir aber in dem Fall wahrscheinlich nicht mehr zulegen, weil der so identisch ist und gleiche Performance, 5 bis 6 Stunden hat. Es ist so geil gleich. Und er war ja nun mit 19 Euro früher, wo ich den gekauft habe. Weitgünstig. Ich habe ihn nicht viel benutzt. Gut, dafür habe ich zu viele Düfte. Ich kann eben nicht alle Düfte so viel benutzen. Aber dieser Duft, wenn ihr den kriegt, kauft ihn, wenn er vor allem günstiger ist. Wenn er günstig ist, holt euch den, der ist geil. Wirklich 1 zu 1 fast mit, ich sage das selten, wie gesagt, mit Dior Homme Cologne. Sehr geil. Wenn der natürlich 100 Euro kostet, gleich vorweg ist das bla, dann müsst ihr euch den nicht holen, weil dann kriegt ihr euch das Cologne. Gibt es das überhaupt noch? Ich weiß gar nicht, ob Dior Homme das noch hat. Wenn, dann holt ihr euch natürlich das Dior, weil das wird ja nicht über 100 Euro kosten. Und das ist in dem Fall dann albern. Aber wenn ihr den günstiger bekommt als das Dior, dann könnt ihr hier zuschlagen. Sehr geiler Duft. So, der nächste, Azuro von Roberto Orolini. Ja, der funktioniert auf jeden Fall, wenn ihr frische mögt, leichte Süße und was Prickelndes wegen den Champagner oder auch der Champagner-Duft, wie ich immer so schön sage. Ja, geil. Ich bin jetzt kein Fan von Champagner, dieses, ich würde jetzt nicht schlapper Wasser sagen, aber ich bin nicht wirklich Fan von Champagner. Wir wollen ja nicht so doll drauf hauen, da wackelt sonst alles. Ja, geiler Duft. Hält seine 7 bis 8 Stunden, das ist sehr gut für einen Sommerduft. Für mich ist das ein Sommerduft. Wie gesagt, pringeltes Wasser, pringelnder Champagner, so müsst ihr euch diesen Duft vorstellen. Frische, kühle, frische, leicht süßlich. Und denn Champagner, der für mich die ganze Zeit so mit, ja, schwingt, würde ich sagen, ist immer am Start und richtig guter Duft. So, man geht ja davon aus, dass am Stand, am Strand, am Stand natürlich auch, 35 Grad vielleicht mal sind. Passiert, in der Sonne so und so. Es wird ja grundsätzlich in Schatten gemessen, die Temperatur. Haben wir 28 Grad in Schatten, haben wir in der Sonne definitiv 40 Grad in Hochsommer, wenn nicht mehr. Und da funktioniert natürlich Afternoon Swim von Louis Vuitton. Orange, 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 frische, pur. Mehr müsst ihr nicht wissen. Das ist, ach, das ist, was soll ich zu diesem Duft sagen? Oh, der funktioniert einfach, wenn es richtig heiß ist. Und der gibt so eine, ja, er kühlt einen ab, er kühlt einen ab. Aber sehr, sehr genialer Duft. Und mir gefällt, wie gesagt, mehr müsst ihr da nicht wissen. Habe ich jetzt in der letzten Zeit so viel vorgestellt. Wenn ihr mehr von dir wissen wollt, ein bisschen, dann guckt mal ein Video dazu. Ich habe auch hier ein Einzelvideo zugemacht, Afternoon Swim, sehr, sehr nice. So, der nächste, ja, der nächste Duft ist sehr, wie soll ich sagen, speziell, muss ich schon sagen. Auch ein bisschen synthetisch, vielleicht nicht ganz so gut, obwohl er so teuer ist. Weil fast, also das ist jetzt für Leute, die sich so ein bisschen abheben wollen. Und zwar rede ich von, ich hoffe, richtig ausgesprochen, Telia von Tiziana Terrenzi. Ja, der Flakon muss man mögen. Aber ich finde das eigentlich ganz lustig. Ganz genial gemacht hier mit den Seesternen, mit den Seesternen, sorry. Mein Gott, was ist denn heute los hier, du? So, auf jeden Fall geil, geil. Der Duft ist geil. Ja, er ist synthetisch und für fast 500 Euro. Ja, das muss man wissen, ob man das ausgeben möchte. Aber er hält auch seine 8, 9, 10 Stunden. Und die Silage ist schon sehr stark, sehr stark und über Stunden. Aber auch dieser Duft ist schwer für mich zu beschreiben. Er ist so ein bisschen stechend, vielleicht auch eine Haarspray-Note. Frisch, cremig und hat einfach, wie der zum Beispiel Deutsche Gabana Kay, hat er für mich, oder da kommen Erinnerungen von früher hoch aus meiner Jugend. Ich kann auch beim Kay das nicht sagen, was das genau ist. Und hier ist das auch so. Er ist geil. Er ist wirklich nice. So, wie ich das immer sage. Aber, 500 Euro, das ist das Ding. Also, ich werde ihn unten, wie gesagt, verlinken. Guckt rein, schaut rein. Ab und zu Gripsprozente und so weiter. Vielleicht klappt das. Natürlich bleibt er trotzdem teuer. Aber er ist für mich einzigartig. Ja, vielleicht sogar doch einzigartig. Ich habe jetzt keinen Duft in meiner großen Sammlung, der so riecht. Und das ist auch interessant, auch interessant. Eine UVP mit Licht drin ist richtig, richtig große Aufmachung. Also, ihr kriegt da natürlich was. Und für Leute, die definitiv immer was hinstellen wollen und das optisch gut aussieht, ist das natürlich auch was. Also, testet ihn mal frisch, cremig, ein bisschen synthetisch. Dadurch hält er natürlich ein bisschen länger. Für mich ist das synthetisch, also ein bisschen, ein bisschen. Die Haarspray-Note stört eigentlich keinen. Wie gesagt, das ist ein Feeling, was mich erinnert an früher. Und das ist genial. Auf jeden Fall, Telia von Tiziana Terrenzi ist auf jeden Fall am Strand richtig gut. So, und der Nächste, der am Strand richtig gut ist. Also, ich habe jetzt keine Top 5 gemacht, sondern einfach 5 Stück euch vorgestellt. Wenn es eine Top 5 geben würde, wäre er natürlich auf 1. Und wer mich verfolgt seit Jahren, weiß, was jetzt kommt. Weil ich habe eigentlich jedes Jahr, ich glaube, ich habe dieses Jahr das noch nicht gemacht, Stranddüfte gemacht. Und wer da auf 1 ist, ist klar, für mich der beste Strandduft ever. Weil er riecht nach Sonne und Strand. Und zwar Jill Zander Sunman, hier gleich in 200 ml. Geil, absolut nice. Das ist auch, komm, hört auf, da braucht man gar nicht labern. Oh, braucht man nicht mehr labern. Also wirklich Sonne, Strand und Bodylotion. So riecht meinetwegen auch Sonnencreme. So riecht dieser Duft. Ja, das ist der günstigste hier, locker der günstigste. Also, mit ihm, wenn es den normalen Preis, wenn der normale Preis noch da wäre, ist das hier der günstigste. Und ich sage euch, eins der beste. Und ich könnte, glaube ich, jeder weiß das. Aber guck trotzdem meine Videos, wenn ich mal wieder Stranddüfte mache. Es sind ja noch andere dabei. Aber es wird keiner den weghauen vom Thron. Es geht, das, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Das hier ist der Stranddorf Nummer 1. Punkt. So, jetzt kommen wir zu dem Duft, wo ihr Eier haben müsst. Schreibt mir mal, ob ihr, wie gesagt, das schon ausprobiert habt. Ich nehme das jetzt nur mal rein, weil ihr braucht da zwei, drei Sprühe. Ihr könnt meinetwegen auch vier nehmen, fünf, aber Vorsicht mit eurer Umwelt rundherum und den Leuten. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich, also es ist kein Duft, glaube ich, der jetzt, wenn ihr am Beach Club seid, wenn ihr Frauen, ja, gefallen wollt, dann weiß ich das nicht. Ich glaube nicht, sagen wir mal so. Und ich rede von Ordo Parisis Megameer. So salzig, aquatisch, als wenn ihr die, wie gesagt, ich sage das ja immer, die Titanic hochholt mit Rost, Algen und so weiter. Den sprühe ich jetzt hier nicht, weil dann rieche ich das noch übermorgen. Es ist wirklich so, es ist einer der stärksten Düfte in meiner Sammlung. Also Leute, schreibt mir mal rein, habt ihr das schon getragen? Ich habe ihn auch getragen. Also wie gesagt, nur auf der Promenade. Das geht bei das, ich weiß nicht, wie warm das jetzt war, 25 Grad. Das geht schon. Allerdings bei mir wird er leider ein bisschen schwitzig zum Schluss. Ich kenne noch einen da auch. Ich kenne aber auch noch einen anderen da nicht. Das ist immer verschieden. Wenn das natürlich hinten raus ein bisschen schwitzig wird, ist das nervig, finde ich. Leider. Deswegen habe ich mir schon fast mal überlegt, den zu verkaufen. Aber nein. Ich habe ihn ja seitdem nicht mehr getragen. Zweimal war es da, wo das passiert ist. Ich werde es jetzt noch mal machen. Vielleicht muss man, ich habe dort auch ein bisschen mehr gesprüht. Und ich werde es vielleicht noch mal ausprobieren. Und dann schauen wir mal. Aber der gehört einfach an die Sammlung. Aber gut, wenn da natürlich nur rumsteht, ist auch Mist. Aber wir testen das noch mal. Im August wahrscheinlich. Vielleicht werden wir, wenn das alles klappt hier, weil wir haben viel zu tun, wenn das alles klappt, natürlich wieder auf Sylt sein. Und dann werde ich ihn mitnehmen. Und dann schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall Odo Parisi der eine Außestehende, weil man weiß nicht. Ja, schreibt einfach mal runter, ob ihr den getestet habt. So Leute, dann schreibt mal runter, welche Beach Club, Beach Club, keine Stranddüfte. Das sind im Endeffekt ist das ja, sind das ja Stranddüfte. Aber es geht jetzt um Beach Club. Wenn ihr da Partys macht und euch unterhaltet und so weiter. Welche Düfte tragt ihr denn da? Das würde mich mal trainieren. Also Leute, reinhauen. Und wie gesagt, abonniert diesen Kanal, wer das erste Mal hier ist. Und vielen Dank an meine Mitglieder, die jetzt eingeblendet werden. Ihr seid immer am Start. Vielen Dank dafür. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute.